Hallo? Hallo? Ist da jemand? Da ist jemand, oder? Da ist jemand da. Hallo? Hallo, hier ist der Basti Fantasti. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich wie verrückt, denn ich sage euch heute eins. Ja, den Abendgruß gibt es bald wieder live hier auf dieser Frequenz bei Facebook Live. Natürlich auch überall in euren TV-Formaten. Ja, jetzt geht gleich wieder los, also bald wieder los. Der Basti Fantasti, Abendgruß live auf dieser Frequenz hier bei Facebook Live, YouTube und überall in euren Sendeformaten. Auch neu auf einer neuen Handy-App, die noch viel besser ist als die vorhergede. Ja, eine neue Handy-App und vieles Weitere. Also, seid gespannt beim Basti Fantasti Abendgruß mit dabei zu sein. Wunderbar mit euch. Wunderbar. Da wäre euch doch bekloppt, oder was? Und das jetzt hier dieses Video, hier dieses, dieses Video in 4K. 4K. Das ist so geil. Das ist so geil mit euch. Bis zum nächsten Mal beim Basti Fantasti Abendgruß wieder demnächst. Ich denke mal, Dezember wird das sein. Dezember spätestens. Live hier auf dieser Frequenz mit viel besserer Umsetzung und und und. Ach, ihr seid, bleibt, bleibt gespannt. Euer Basti Fantasti. Ja, der wärst doch bekloppt, oder was? Das. Hahaha. Hahahaha. Ja... Hahahaha. Hahahaha. Vielen Dank.